Was meint ihr, wer von uns sieht am behindersten aus? Ich glaube, einfach für Peter. Das sieht so dumm aus, irgendwie. Der ist voll süß, ey. Peter, echt clever, Alter. Ah, warum zieht der durch? Wieso zieht der nicht? Digga, was? Alter, man könnte auch jemanden votekicken. Ich war der Erste, der es erraten hat gerade eine Just-Sang. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich bin stolz auf dich. Der Peter votet dafür, die vote zu kicken. Nein, Tom, Tom! Es wird nichts unten links auf dem Votekick drücken. Warum ist der so daumen? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich hab das Wort einfach kurz vergessen. Was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Wie das Tier jetzt? Der hat ein Chromosom zu viel. Oh, lau. Ah. Hä, was ist das? Was? Was soll es sein? Simon, sonst musst du votekicken ihn. Das ist einfach das Schwind, Alter. Der Schwind, Alter. Der ist sehr lustig, ey. Der ist sehr lustig, ey. Alter, es ist so gelb. Das tut richtig weh. Tom, mach mir mal diese... Tom, mach mir mal diese Kripp-Sachen. Wo es wirklich schön im Auge pulsiert. Hör auf, mach nicht lachen. Das wird eine richtig tolle Zeit. Okay. Lol. Boah. Gras, Digga. Einfaches Spiel, einfaches Leben. Hä? Das YouTube-Thumbnail. Roter Kreis und roter Pfeil. Der Fehler hat verstanden. Lol. Nice, Simon. Voll über, man. Ah. Zählen wird vollkommen überbewertet, muss ich sagen. Nice. Simon, du hast falsch geschrieben. Danke, Simon. Echt? Das ist voll über. Man wird nur mit einem... äh, mit zwei... Ich kann nicht reden. Alter, da fass du doch aus, ey. Moment. Du musst dich auf. Weg. Alter, das ist doch sicher. Nein, nein, das schreit hast du nicht. Der Schulklop. Scheiße, das ist super. Ja, das kannst du halt nicht verwixeln. Locken! Gott! 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 Oh! Ja! Gott! Bei Arndspieler! Und Simon auch gar nicht! Wie ist Simon auch gar nicht? Das ist ne Zeichenbuss! Wahrscheinlich ist das ne Erschweinig! Alter, darf ich das jetzt auch noch eintippen oder möchte das bitte noch ein bisschen weiterfreezen, ey? Die Runde ist schon vorbei! Meine Fresse! Christophs PC packt einfach Skramellionen! Ich hab meine Seite gebackt, ich kann nicht mehr schreiben! Ich muss neu starten! Er hat rausgeflogen! Alter! Nice!